Ich teste hier die neue Generation des Kia Sportage. Das markante Gesicht ist das auffälligste der neuen Sportage-Generation. Die neuen Scheibenflächen wirken nicht nur großzügiger, eine Überarbeitung der Dachholme kommt der Rundumsicht sehr entgegen. Motorisiert mit dem 2 Liter CRDI mit 136 PS und manuellem 6-Gang Getriebe wirkt der Sportage sehr spontan und flink. Die Getriebebedienung erfolgt leichtgängig und präzise. Zusätzlicher Leistungshunger kann dieselseitig mit der 185 PS Ausführung gestillt werden. Sehr angenehm bei diesen hochsommerlichen Temperaturen ist die 2-Zonen-Klimaautomatik und die belüfteten ledernen Vordersitzen aus dem Lederpaket. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Montaget Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020